Ich fahre in die Stadt, wo die neuen Könige gekrönt werden. Sie hat einen rosigen Beigeschmack, die weiße Vergänglichkeit. Sie haben eine andere Idee von der Welt. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Die rein emotionale, optische Reflexion migiert selbst den stärksten Kern von Recht wert. Ich betreffte mich als Subjektivist. Subjektivistin, Kreatörin und wenn Sie so wollen, als intellektuelles Subjekt. Subjektivistin, Kreativistin, 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 Kreativistin. Subjektivistin, Kreativistin, Kreativistin. Subjektivistin, Kreativistin, 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 Kreativistin. Subjektivistin, Kreativistin, 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 Kreativistin.